Es gibt ein neues Gilden-Event in AFK Arena und damit herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen einfach mal gemeinsam direkt rein. Es ist ein Gilden-Event, ich persönlich freue mich da auf jeden Fall mega drauf, da ja Sachen mit einer Gilde zu unternehmen auf jeden Fall immer eine coole Sache ist. Wir sehen, das Event geht insgesamt 14 Tage und es startet tatsächlich schon morgen ab dem 22.12. um 1 Uhr nachts bei uns auch auf den globalen Servern. Deswegen könnt ihr euch da auf jeden Fall schon drauf freuen und müsst nicht lange warten. Wir sehen, es ist mal wieder ein komplett neues Event, was ich auf jeden Fall relativ cool finde, wo man halt erstmal nicht weiß, was man machen muss. Und zwar würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal hier an und zwar ist es erstmal so, dass wir ja Fleisch sammeln müssen, also dass wir hier jagen gehen müssen und wir müssen auch bestimmte Sachen anpflanzen. Und zwar ist das Ganze im Endeffekt dazu da, um verschiedene Dinge zu kochen, aus denen wir dann gewisse Belohnungen bekommen werden. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Hauptbelohnungen an, die wir aus diesem Event hier erhalten. Und zwar bekommen wir hier als erste Belohnung, nachdem wir 30 Ausdauerpunkte konsumiert haben, also das sollte schon nach zwei Tagen der Fall sein, da wir pro Tag insgesamt 15 von diesen Punkten bekommen, bekommen wir dann hier erstmal 10 rote Embleme und 300 Diamanten. Das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Nach vier Tagen, also beziehungsweise nach 60 Ausdauerpunkten, bekommen wir dann nochmal 100 rote Embleme für die Gravuren und 600 Diamanten. Und dann nach 100 Ausdauerpunkten bekommen wir halt hier dann den neuen Satrana-Skin. Ist auf jeden Fall schon mal eine relativ coole Sache. Ja, wir sehen hier, wir müssen, um das ganze Fleisch und so weiter, also um die ganzen Ressourcen zu erhalten, müssen wir hier unseren ganz normalen Riss jagen. Das Ganze, ihr seht es schon, braucht fünf Fleisch, also ihr könnt dann insgesamt pro Tag dreimal den Riss herausfordern. Welches Team da jetzt das Beste sein wird, kann ich euch leider noch nicht sagen. Also wenn ich jetzt hier mal unter Verlauf reinschaue, hatte ich hier einen mit 7 Milliarden Damage. Der hat in dem Fall diese Kombi benutzt. Ich persönlich glaube aber einfach, dass es ganz normal, die ganz normale Riss-Formation sein wird. Also wie auch zum Beispiel mit Saurus, reine Zwillinge Belinda auch normalerweise am Start ist. Normalerweise ist, glaube ich, noch eine Rosaline dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auf jeden Fall mit so einem Team könnt ihr dann ungefähr rechnen. Und dann erhaltet ihr hier diese ganzen Zutaten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier etwas anzupflanzen. Und zwar haben wir hier so gewisse Samen. Das Ganze verbraucht dann auch insgesamt fünf Fleisch. Also ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich nochmal auf Jagen gehe. Okay, ich habe nur noch zehn Ausdauerpunkte. Also müsst ihr euch da auch eventuell dann mit der Gilde untereinander aussprechen, wer was macht. Also wer jagt oder wer pflanzt dann hier diese ganzen Samen an. Das mache ich jetzt einfach mal. Im Endeffekt ist es egal, was ihr dann davon macht. Um dann die Hauptbelohnungen insgesamt zu bekommen, müsst ihr einfach nur euer Fleisch ausgeben. Also ihr seht es schon, ich habe jetzt hier in dem Fall 15 von 30. Und kann mir dann morgen hier auf jeden Fall schon mal meine erste große Belohnung abholen. Dann haben wir hier noch Kochbelohnungen. Und zwar dieser Eintopf ist jetzt das erste Gericht, was wir jetzt hier mit der Gilde zusammen kochen werden. Und wenn ihr dann 20 Prozent davon abgeschlossen habt, erhaltet ihr eine Schriftrolle. Bei 60 Prozent nochmal ein paar Hotelmarken. Bei 100 Prozent erhalten wir nochmal ein paar verdrehte Essenzen. Ich scrolle jetzt hier einfach mal mit euch runter. Die Belohnungen sind im Endeffekt immer dieselben. Wir sehen dann aber hier nochmal die einzelnen verschiedenen Gerichte. Ich finde, dass jetzt bei den einzelnen verschiedenen Gerichten keine verschiedenen Belohnungen dabei sind, finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Aber ich sage mal so, Belohnungen nimmt man natürlich immer sehr, sehr gerne entgegen. Dann gibt es noch eine weitere Änderung, wo wir einen neuen Skin für unsere Rosaline erhalten können. Plus gleichzeitig auch einen neuen Avatar-Rahmen. Und zwar hat AFK Arena irgendein neues Konzept-Kunstalbum rausgebracht. Ich habe das Ganze jetzt hier mal für euch in der Internetseite rausgesucht. Und zwar könnt ihr das Ganze hier auf der Seite, wie hieß sie, bei Cook und Becker kaufen. Ja, dieses Buch bzw. dieses Album kostet 65 Dollar, also umgerechnet 61 Euro. Hier können wir dann zum Beispiel auch den Skin für Rosaline sehen, genauso wie den Avatar-Rahmen. Ich sage mal so, 61 Euro dafür auszugeben. Muss jeder für sich selber wissen, wenn man ein extremer Fan von AFK Arena ist, dann kann man sich das Ganze natürlich kaufen. Wir haben ja auch schon ein paar Einblicke, wo wir sehen können, was hier drin steht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Buch auch auf Englisch ist. Also hier ist es zumindest auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es das Ganze dann auch für eine deutsche Version gibt. Aber für Leute, die sich gerne Storys und so weiter durchlesen, ist es auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man dann hier noch was Kostenloses dazu bekommt. Für mich persönlich wäre es auf jeden Fall nichts. Also es ist auf jeden Fall auch eine Menge Geld. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu dem neuen Album in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr krass interessieren. Was sagt ihr dazu? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob es das Ganze auch auf Deutsch gibt. Falls ich da mal irgendwas noch zu weiß, dann werde ich euch dann in den nächsten Videos noch Bescheid geben. Ansonsten würde ich sagen, sollte es auf jeden Fall gewesen sein von dem Video. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos, beziehungsweise heute Nacht um ein Uhr bei der neuen Heldenprüfung für unsere neue Heldin Esther. Macht's bis dort hin auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.